Das ist sie, die Hexe. Also wenn der Vater nichts wissen soll, dann rechne mal mit ungefähr 100.000 Kronen. Seit Einstein der Welt seiner Relativitätstheorie vorstellte, träumen die Menschen davon, Zeitreisen machen zu können. Geh mal da rein. Was passiert hier? Wie können Sie sowohl hier als auch dort sein? Ich bin im Jahr 936 geboren. Seitdem bin ich nicht älter geworden. Sie müssen den Fluch brechen. Ich verspreche dir, das kriegst du, wenn du mit dem Kreuz zurückkommst. Und das Kreuz finden. Warum steht hier herum und glatt? Los, rein mit euch! Verflucht seist du, König Harald. Raus mit dir! Das gehört mir! Gib mir einfach nur das Kreuz. Eine Hexe aus der Vergangenheit. Wird alles tun, um sie aufzuhalten. Ich habe ja gesagt, wir würden uns wiedersehen. Heimtrip. Der Fluch der Wikinger-Hexe. Arbeite mal! Schneller! Sie kommt! Der große Actionfilm für die ganze Familie. Demnächst im Kino.